Es ist Montag, 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Blinder und ein Tauber beschließen sich zu duelieren. Sie treffen sich am nächsten Morgen auf der Blutwiese. Jeder hat seinen Sekundanten dabei. Der Blinde fragt seinen Sekundanten. Ist er schon da? Und der Taube fragt seinen Sekundanten. Hat er schon geschossen? Das war der Montagswitz für die Woche. Ich bedanke mich bei TU-Professor Wolfgang Zagler. Er hat mir diesen Witz zukommen lassen. Danke dafür. Außerdem möchte ich mich bei der Bank Austria bedanken, denn die haben sich entschlossen, die nächsten vier Montagswitze zu sponsern. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr weiterhin Montagswitze sehen wollt, bitte abonniert meinen Kanal, schaut auf mabacher.tv, meiner Facebook-Seite vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt ihr eine schöne Woche. Und baba.